Hey! Lol, warum ist er so schnell? Ich bin selbst fast down. Mine? Ich bin fast... Der hat 90er hin. Nice. Peter? Ah! Sprengkopf gesichert. Jetzt mal. Wo ist er? Jetzt geht er lang. Nice! Team eliminiert. Runde erfolgreich. Verteidigt den Sprengkopf. Runde beginnt. Wir sind oben. Okay. Ja, von hinten. Oben. Packste doch. Ja, dort, dort, links, links, links. Nice. Eliminiert. Die Runde geht an uns. Bitte. Verteidigt den Sprengkopf vor dem feindlichen Team. Runde beginnt. Runde. Am angehittet. Der Nate. Ja, der ist... Der cammt irgendwo an seinem Spawn. Achso, ne der ist dort. Runde erfolgreich. Smeimli-Team eliminiert. Gott schafet the Queen. Bitte, irgendwie nehmen wir nur CWs auf, wo wir entweder verkacken oder 6-0 gewinnen. Oh, kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn. Alter, wie ein Schlucken der. Ja, viel. Mehr als ein Siebener. Ah, der macht nur die Schergenstärkung. Der rätzt gleich. Er steht dort, wo Massaker war. Ja, der rätzt es aber in der Leiche. Ja. Ja. Verteidig den Sprengkopf. Drei Antipersonen mit ihm noch, ja. Ja, der Spruch rufen. Genau. Ja. Nice, Sarah. Nice. Entweder werde er durch meine Mine geschoben oder durch die Umkehr. Errobert den Sprengkopf im Stützpunkt und bringt ihn zu unserem zurück. Runde beginnt. Jetzt muss man so Interesse an unserem fahren. Ich bin. in vork. In der Reaktion. Mission erfolgreich. Feindliches Team eliminiert. Erobert den Sprengkopf im Feindlinie. Regel Nummer 1. Lauf niemals an einem Inji hinterher, wenn er eine Mine gelegt hat. Naja, könnte auch Shedar-Case sein, wer weiß. Nein! Letzt. Jaja, jetzt links krachen. Ja, jetzt hat er sich auf seinem Spawn verkemmt. Doch nicht. Nice. GG. Yo, 6-1 schon gewonnen. LOL, 5er KD. Alter, wie traurig. Yo. Ja, bei... Lange... ... ...